Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge, endlich nach der langen Pause, wo die Champions League und Europa League doch die ganze Woche komplett eingenommen haben. Und, äh, aber jetzt geht's weiter, noch eine Folge jetzt hier am Wochenende. Und, äh, wir sind irgendwie Etappe 8, ich musste erst mal ganz kurz gucken, wir haben den Lakeshore hinter uns gelassen und sind jetzt auf der Interstate, 75, Toledo, Ohio. Sieben Positionen, ich glaube, das war eine Maut. Entschuldigung. So, die 35 ist vor mir. Nein, die 35 ist hinter mir. Ups. Entschuldigung. Ich mach doch mal Platz hier. So, da vorne sind da noch ein paar Freunde. Ein paar Freunde. Hallo, 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 hallo. Ja, jetzt rausche ich auch mal an die Rücken vorbei. Ja, jetzt rausche ich auch mal an die Rücken. Oh, hallo, 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 hallo. Entschuldigung. Und noch mal Platz hier Okay, ich bin, ich bin jetzt links So, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen was gut machen So, komm Audi Ja, das hoffe ich doch Ja, hallo, danke So, hab ich mal ein bisschen Gas Aua Und tschüss Wir geben mal ein bisschen Gas Äh, ja Sieht gut aus Oh, oh, oh Oh Wir geben lieber noch mal Gas Oh, oh Und Hey, hey Wir fristen meinen Auspuff Oder meine Abgase So Wir sind Position 29 Und wir kommen New York New York, New York Immer dicht Äh, immer dicht Äh, ja Werden wir noch Level 12 schaffen Bevor wir New York erreichen Boah, ich glaub schon Boah, ich glaub schon Flaschen und Werden wir wieder Nochmal guten Eindruck Oh Kampf nach den Wänden Aber wir sind ja jetzt erstmal Ööööööööööööööööööööööööö Zabums! Höd gamle! Du hörts uns zerfetzt!! Ich hab eben dort noch von bed is ich... Nein? Schicke dance, schicke dance, sag ich nur meinen Freund, Alter. So. Ich muss erstmal wieder hier ein bisschen Speed aufkicken. Whoops. Er ist auf der Gegend. Was? Zu langsam? Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Achso. Ich muss den ja überholen, Alter. Wie soll ich das denn schaffen mit den Verfolgern in der mir? Oh, oh. Nein, nein. Oh. Oh. Mir ist ja wohl mal gerade irgendwo gerade, äh... Der Schub weggedrückt, oder? Drückt. Na. Hey. Das sind die Schuhe. Die Schuhe. Die Schuhe. Die Schuhe. Nein. Oh. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst. Oh. 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 Jetzt bleib doch mal hier. Ich will ein bisschen in deinem... ...Wenn schatten. Scheiße. Och nö. Och nö. Jetzt echt. Muss das jetzt echt so sein? Habe ich stütt verdient? Ne, hab ich stütt. Ja? Ich hab's gewusst, Alter. 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 so schmissi kommt ok den abschnitt hatten wir dann auch Ja, hallo, hallo, ich musste ihn da vorne erreichen. Oh, verdammte Axt hier.